In den dunklen Nischen von Runeterra lauert die Dämonin Evelyn ihrem nächsten Opfer auf. Sie lockt ihre Beute mit der sinnlichen Form einer Frau an, doch sobald sie ihrem Charme erliegt, zeigt Evelyn ihre wahre Gestalt. Dann setzt sie ihr Opfer unsäglichen Qualen aus und labt sich an seinem Schmerz. Für die Dämonin sind diese Begegnungen nur harmlose Affären. Für das restliche Runeterra jedoch sind sie schaurige Geschichten aus dem Ruder gelaufener Lust und grausige Beispiele für die Kosten übermäßiger Begierde. Evelyn war nicht immer eine geschickte Jägerin. Sie begann vor langer Zeit als etwas Elementares, formlos und kaum fähig für Empfindungen. Der aufkeimende Hauch von Schatten existierte jahrhundertelang empfindungslos und durch jeglichen Reiz ungestört. Vielleicht wäre es so geblieben, hätte sich die Welt nicht durch Konflikte verändert. Die sogenannten Runenkriege brachten ein Zeitalter maßlosen Leids über die Welt, wie sie sie noch nie zuvor erfahren hatte. Als die Einwohner Runeterras unter vielen Formen von Schmerz, Qual und Verlust litten, rührte sich etwas im Schatten. Das Nichts, das sie so lange gekannt hatte, wurde durch die verzweifelten Schwingungen einer gequälten Welt ersetzt. Die Kreatur zitterte vor Aufregung. Mit der Eskalation der Runenkriege wuchs die Qual der Welt so stark, dass der Schatten sich fühlte, als würde er explodieren. Er saugte den gesamten Schmerz Runeterras auf und zog daraus grenzenlose Lust. Dieses Gefühl näherte die Kreatur und verwandelte sie im Laufe der Zeit in etwas Größeres. Sie wurde ein Dämon, ein unersättlicher, spiritueller Parasit, der von den niederträchtigsten menschlichen Emotionen zehrte. Nachdem die Kriege ihr Ende fanden, schwand auch das Leid auf der Welt und ein Gefühl der Verzweiflung ergriff den Dämon. Das einzige Vergnügen, das er kannte, zog er aus dem Elend anderer. Ohne ihren Schmerz fühlte er nichts, wie damals in seinem Urzustand. Wenn die Welt ihm nicht das Leid bescherte, an dem er sich laben konnte, so musste der Dämon es eben selbst herbeirufen. Er musste anderen Schmerzen zufügen, damit er diese Ekstase wieder spüren konnte. Anfangs war es schwer für den Dämon, an seine Beute zu kommen. Er konnte sich unerkannt wie die Schatten bewegen, doch um einen Menschen zu berühren, musste er eine körperliche Form annehmen. Er unternahm einige Versuche, seine Schattenform in einen Körper zu verwandeln, jedoch wurden seine Ergebnisse immer grauenhafter und verscheuchten seine Beute. Der Dämon merkte, dass er sich in etwas Ansprechenderes für die Menschen verwandeln musste – in etwas, das sie nicht nur direkt in seine Fänge locken, sondern auch ihre innersten Gelüste entflammen könnte, damit ihr Schmerz noch süßer würde. Aus den Schatten heraus beobachtete er seine potentiellen Opfer. Er passte sein Aussehen an ihre Vorlieben an, lernte genau das zu sagen, was sie hören wollten und wie er sich verführerisch zu bewegen hatte. In wenigen Wochen hatte der Dämon die körperliche Erscheinung einer verführerischen Frau perfektioniert und lockte Dutzende betörte Opfer in seine Hände, die er dann zu Tode folterte. Obwohl sie den köstlichen Schmerz ihrer Opfer auskostet, verlangt es ihr nach immer mehr. Die Gelüste der Menschen sind so klein und sie halten nicht lange an. Ihr Schmerz ist zu flüchtig, als dass er mehr als winzige Lusthäppchen sein könnte und sättigt sie gerade bis zu ihrer nächsten Mahlzeit. Sie sehnt sich nach dem Tag, an dem sie die Welt in heilloses Chaos stürzen und sie dann in eine Existenz reiner, entzückender Ekstase zurückkehren kann.